Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal extremreiz.de Mein Name ist Ruben Kutt und bekannt von dem Extremreiz Kanal Ja das große Kanal mit allen Attraktionen Und ich komme von den Niederlanden Ich mache Videos von Wasserparken, Freizeitparken, Sommerroderbaden, Kirmes und so weiter Warum dieser Kanal getrennt von meinem eigenen Kanal? Ja das Kanal ist allein niederlandisch und ein bisschen deutsch Und hier diesem Kanal mache ich alles in Deutsch Das ist für dich besser zu verstehen Mein Deutsch ist nicht gut ich weiß aber ich denke dass ich verstehe bis So abonniere sie auf diesem Kanal wenn sie Deutsch bis und Deutsch sprecht Und dann kann sie hier alle Reviews und sowas finden von ja Extremreiz Natürlich bleiben auch bei Extremreiz selbst geabonneert Für die Einzelvideos von allein die Attraktionen Aber ja für die Reviews und sowas Videos mussten sie hier sind bei diesem Kanal extremreiz.de Dankeschön und viel Spass auf Extremreiz! Vielen Dank! Danke!